Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon's Dogma, ich kämpfe gerade gegen die Harp hier, wollte ich schon wieder sagen, Mann, 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 äh Chimere, also eigentlich dachte ich die Schlange wäre, ach und Validstraat auch noch, eigentlich dachte ich die, äh, Schlange hätte schon als etliche gesündet, aber, lol, gepistig, kommt wieder alles gleichzeitig. Wooo! Jetzt trötet der Hans da auch noch rum, boah, 400 Euro, mhm, jetzt trötet der Hans da auch noch rum mit seiner. Ja, der hat nicht mehr gesessen. Kann jetzt endlich diese Witzschlange, endlich! Boah, das ist aber gedauert, so. Ach, die Löwe da. Die scheiß Würfel da auch nicht erfahren. Ach, natürlich geht er auf mich. Komm. Lass mir schon ruhen. Okay, zwei Dawn ist schlecht. Loy. Chris Dawn ist noch schlechter. Wie sollt ihr mich denn jetzt auch immer so schnell kaputt gemacht? Kann doch nicht sein. Jetzt will ich die Meere kaputt machen, also so schwer war die jetzt nicht. Wenn da tausend Viecher noch kommen, ist natürlich Arsch. In den Grenzlanden von Gransishausen üblere, stärkere Monster. Ja, bisher hat man relativ, ich hab ja auch noch nicht so viel erkundet, muss man einfach sagen, äh, relativ gleiche Gegner gesehen. Also Kobolde, Harpien, Baditen, Chimera, Ogre, Mr. Tibbers haben wir hier sehen. Und, also ein Zyklub auch, wa? So, dahin ist die Chimera. Das macht sie aber nicht. Ihr schlagt eure Feinde. Okay, das macht sie wieder richtig. Wir werden noch mehr kalt nehmen. Es stimmt nicht, warum das nicht sovielfällt sich. Und dass es uns um die HAP hier gefällt. Ohhhhh, jetzt leg ich mich erst mal wieder schlafen. Ich bin jetzt immer noch kranker. Wer fliegt mich als wer, ich schlafe... Ja, genau. Glocker, unser schlange! So, komm, up zur Schlange! Böse Schlange, Böse Schlange. Schütte es mich nicht mehr ab, schütte es mich nicht mehr ab, schütte es mich nicht mehr ab. Schütte es mich nicht mehr ab, schütte es mich nicht mehr ab. Nein! Das ist ein Witz. Steh auf. Achso, ich hätte keinen Ausdauern mehr. Alles klar, Schlange ab. Eben eigentlich nur alle, ich hoffe mal. Ich roll mich auch mal rum, was ist das denn? Noten, Fluss. Schütte es mich nicht mehr ab, schütte ihn mich nicht mehr ab, schütte es mich nicht mehr ab. Ah, hui. Oh oh, der macht einen guten Weg. Older, ich seh nix. Was ist denn welche für ne Zauberei? Neu. Aber nice, das war die Chimäre. Boah, wumms. Boah, jetzt könnten wir über die Scheißwaffe kommen. Oh, der Wolf jetzt zurück? Ja. Boah. Was? Alter, wirklich denn hier einer? Ach, Mist, die Fußfessel, die setzt sich, glaub ich, zu wenig ein. Wow. Oh. Okay, wir haben beide nicht. Boah. Boah. Hallo. Ach, da brennt noch. Ich geh jetzt hier die Sachen einsammeln. Meine Männer, das machen halt schon. Kuriose Männer. Alter, was geht denn da oder? Zack. Komm her, du blöder Wolf. Was ist denn mit dem Wolf passiert? Der ist plötzlich blüge übersprungen. Mein Gott. Na, endlich. So, dann sammeln wir mal den Kram hier ein. Ein Rift-Splitter. Hier liegt noch das Skelett von der Chimäre. Komm mal her. Hm. Nun gut. Ja, Quest abgeschlossen. Äh, Chimäre getötet. Dann werde ich jetzt mal so einen Reisestein versuchen, wa? Ich bin auch schwer beladen. Lange Reise wäre nicht so toll. Warte denn noch mal das Ding. Hier. Ja, die sind teuer, aber ich möchte das nicht benutzen. Komm. Zack. Wuiiii. Okay. Hm. Scheinbar kann man nicht auswählen, wo man auskommen möchte. Ich hoffe mal nicht am Asch der Welt. Oh, Grand Sorn. Naja. Perfekt. Ah, hier. Neben dem Morsalending. Ja, auf zu Sir Maximilian. Was der dazu zu sagen hatte, der mich einfach durch die Weltgeschichte schickt. Nur um den vorherigen Erweckten zu treffen. Ich glaube als nächstes werde ich mir mal... Ja, hab ich bestimmt. Aber, ähm... Na mal sehen, was es jetzt noch so für Quests gibt. Ich hätte ja irgendwie doch mal Bock den Folianten da fertig zu machen. Gegen die Skelette müsste man jetzt eigentlich locker bestehen. Da war noch so ein Zyklopentyp. Die Echsen machen wir mittlerweile auch platt. Also... Könnten wir das mal aufnehmen. Aber da ist er. Hallöchen. Das mache ich schon selber. Auftrag gemeistert, ja, alles klar. Das war eine wertvolle Erfahrung. Und du hast mehr von dem Dukes Vertrauen dafür. Okay. Es wird mir Freude zeigen, dass ich euch die bereitste. Die Wahl ist dir. Natürlich. Dann hier sind die Details. Wir haben eine urgentere Worte von der Stone des Südwesten. Eine Horde von Goblinen hat das Fortress, während es noch unter Verpäßung war. Und sie haben es geklemmt. Obwohl die Horde zu entfernt ist, seine Importanz zu unseren sächsischen Defensern ist kritisch. Wir müssen es zurückklamieren. Und bald. Die Sicherheit der gesamten Dutschie ist auf diesem Fall. Ich würde mich fragen, dass du meine Dank hast, Herr. Ich werde die ganze Zeit sagen. Ich habe schon einige der Dukes Sprengen in die Horde gelegt. Sie befestigt sie dort und lege ihnen deinen Arm. Ich erwarte gute Worte von deinem Erfolg. Was hast du in dieser Quest zu tun? Was hast du in dieser Quest zu tun? Was hast du in dieser Quest zu tun? Für die Dings Quest. Für die Dings Quest. Für die Dings Quest. Ich glaube, der sollte mich nicht sehen. dann möchte doch mal eben die kristin hier den wandert schattenjagd ok jetzt möchte wahrscheinlich einmal kurz und quer durch die ganze stadt wer bist du und wo willst du hin lauf schneller schlampe könnten wir doch einfach hier beenden der brunnenplatz wie so bleibt er jetzt stehen da runter ok an den wachen läuft er aber ganz easy vorbei wo ist er denn dahinten ja 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 bin schon dabei rechts abgebogen alles klar also